Wir wollen auf Tour gehen mit unseren Scouts und die werden angeführt von unserer Tourmanagerin Claudia Hanisch aus Wendigerode und die Scouts. Wenn wir schon bei den Ausflügen sind, dann wollen wir natürlich auch die ganz aktiven Ausflüge erwähnen. Und das Ganze könnt ihr natürlich erleben mit unserem Activities Manager Alexander Glöck aus Mainz, mit seinen Bikern, seinem Golfbro und dem Tauchern. Meine Güte, grüßen Sie aus der Sushi-Bar Susanne Jürgens und aus dem Rossini-Darnant und aus dem Buffalo Steak aus Julia Kühl. Und Ihnen wird Sport machen auf den 11 und er lässt sich verwöhnen in unserer Abteilung Body & Soul auf den 12. Grüßen Sie uns des Bar- und Sportsmanagerin Claudia Corona aus Leipzig und das Body & Soul Sportsteam. Ich glaube, da kommen Sie natürlich auch jeden Abend. Ich habe es schon gesagt, Ihre worteigene Zeitung, die AIDA heute an die Kabinentür. Das Ganze geht durch unseren Mediatyp und zwar unsere Mediamanagerin Eva Pjorke aus Berlin und Annika Samthorpe aus Rostock. Müssen wir einmal lächeln? Achtung! Auf dieser Reise werden Sie über 23 verschiedene Shows sehen. Begrüßen Sie unseren Showmanager Stefan Glühicke aus Hamburg. Er hat, damit alles gut klingt, einen musikalischen Leiter an seiner Seite und das ist Wolfgang Kick aus Berlin. Live Musik an Bord AIDA Sol in der AIDA Bar spielt für Sie unsere Live-Band Ocean Fall. Und in der AIDA Sol war unser Duo Drumming Yano. So liebe Gäste, jetzt kommen wir zu Ihnen. Denn was wäre ein Glubschiff ohne einen Glubtanz? Sie dürfen gerne mitmachen. Hier ist er für Sie. What about you? Das ist bei der AIDA. Das ist bei der AIDA. Und großes Finale. Liebe Gäste, das ist nur ein Teil der Gruppe von AIDA-SOL. Wir wünschen Ihnen auf jeden Fall eine wunderschöne Zeit, einen wunderschönen Urlaub und genießen Sie AIDA-SOL. Vielen Dank und damit Tanzfläche frei für die erste Party dieser Reise, die Poolparty heute Nacht. Und ich sage euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Wenn das Video gefallen hat, dann Daumen hoch klicken und den Kanal Kreuzfahrt 3D abonnieren. Ihre Buchung auf kreuzfahrt-3d.de unterstützt unser Projekt.